Kia ora und herzlich willkommen in Neuseeland. Kommt mit uns mit und wir zeigen euch, was euch in unseren Hostels erwartet. Euer Aufenthalt beginnt an unserer freundlichen Rezeption. Während ihr hier wartet, könnt ihr schon mal eure YHA-Mitgliedskarte, Buchungsbestätigung und euren Pass bereit halten. Es ist kein Problem, falls ihr keine Mitglieder seid. Wenn ihr wollt, könnt ihr jedoch jederzeit beitreten. An der Rezeption erfahrt ihr, wie ihr im Hostel ein- und ausgehen könnt und wir zeigen euch den Weg zu eurem Zimmer. YHA hat eine große Auswahl unterschiedlicher Räume. Entweder könnt ihr in unseren Privaträumen entspannen oder aber in einem der Schlafsäle neue Freundschaften schließen. Bettwäsche ist in allen YHA-Hostels vorhanden. Euer Bett ist schon mit einem Laken bezogen. Ihr müsst nur noch das Extralaken unter der Bettwäsche platzieren und schon ist euer Nachtlager fertig. Falls in eurem Zimmer schon jemand schläft, ist das kein Problem. Sucht euch einfach ein freies Bett aus. Falls ihr selbst noch nicht müde seid, lasst euren Rucksack oder eure Tasche einfach neben eurem Bett stehen. Unsere YHA-Hostels haben private Badezimmer und Gemeinschaftswaschräume. Damit das Bad nicht überschwemmt wird, bitte immer die Duschmatte vor die Dusche legen und den Vorhang schließen. Unsere Küchen sind mit allem ausgestattet, was ihr zum Kochen gebrauchen könnt. Ihr braucht nur noch die Zutaten mitzubringen. Mit den Essensaufklebern könnt ihr eure Lebensmittel schnell finden und identifizieren. Alle unsere Küchen sind mit großen Kühlschränken ausgestattet. Kochendes Wasser bekommt ihr ganz einfach aus den Heißwasserboilern. Und Salz und Pfeffer zum Würzen steht auch immer bereit. Jeder kocht gerne in einer sauberen Küche. Deshalb sind unsere mit Spülmittel, Bürsten und Trockentüchern zum Abwaschen und Abtrocknen ausgestattet. Achtet auch auf die unterschiedlichen Mülleimer für das Recycling. Unsere Hostels haben Waschmaschinen und Trockner. Außerdem extra Räume zum Aufbewahren von Gepäck vor dem Einchecken oder nach dem Auschecken. Alle unsere Hostels verfügen auch über Aufenthaltsräume zum Chillen und Kontakte knüpfen. Und wer will, kann auch seine Billardkünste verbessern. Über 25 unserer Hostels haben Free WiFi und erleichtern damit den Kontakt zu Familie und Freunden zu Hause. Wir sind die besten Ansprechpartner für Erlebnisse und Abenteuer in Neuseeland. Ob ihr aus Flugzeugen oder von Brücken springen wollt, von uns bekommt ihr Informationen aus erster Hand. Ob aktiv oder entspannt, sagt uns einfach, was ihr mögt und wir erledigen den Rest für euch. Das Personal ist euch dankbar, wenn ihr für eure Abreise mit anpackt. Zieht euer Bett ab und lasst Lager und Kissenhülle einfach in den Waschkörben auf dem Weg zur Rezeption. Falls ihr auf der Weiterreise seid, lasst uns euer nächstes Ziel wissen und wir reservieren ein Bett für euch. Das ist einer unserer kostenlosen Services. Vielen Dank, dass ihr euch für VHA entschieden habt. Wir hoffen, dass euch Neuseeland so sehr gefällt wie uns. Wir versuchen euren Aufenthalt so angenehm wie möglich zu gestalten.